Sie denken, ich sei ein Mädchen. Aber es sind nur meine verschwitzten Eier, an denen sie schnüffeln. Menschen beichten ihre Geschichten. Ich habe meiner Großmutter am Sterbebett meine Vergebung verweigert. Triggerwarnung. Im Sommer, als ich 15 Jahre alt war, wurde etwas an mir verrückt. Ich habe dem nicht zugestimmt. Meine Großmutter und meine Mutter weigerten sich, mir zu glauben, mir irgendeine Art von Behandlung zukommen zu lassen oder Anzeige zu erstatten. Sie sagten, ich hätte es so gewollt, weil ich so gekleidet war. Lange Rock- und Rollkragenpullover. Meine Oma warf mich für etwa eine Woche aus dem Haus. Sie nahmen mich nur wieder auf, weil mein Opa drohte, das Jugendamt anzurufen und das Sorgerecht zu beantragen. Ich habe mir geschworen, dass ich ihnen nie verzeihen werde. Er tat es wieder mit einem anderen Mädchen und sie erstattete Anzeige. Weitere meldeten sich. Einer von ihnen war jemand, den sie kannten. Endlich glaubten sie mir. Zu wenig, zu spät. Vor zwei Jahren hatte meine Großmutter einen Schlaganfall und wurde an die lebenserhaltenden Maßnahmen angeschlossen. Wie vorhergesagt, setzten sich verschiedene Familienmitglieder mit mir in Verbindung, damit ich sie besuche und mich von ihr zu verabschieden. Angeblich bat sie darum, mich zu sehen. Ich glaube das, weil sie immer über Vergebung und Entschlossenheit vor dem Tod gepredigt hat. Ich lehnte es ab, sie zu besuchen. Sie verstarb, und als ich den Anruf erhielt, zuckte ich mit den Schultern und ging zur Arbeit. Auf dem Weg dorthin spielte ich Ding Dong The Witch Is Dead. Ich war nicht bei der Beerdigung und habe nie gesehen, wo sie begraben ist. Ich empfinde keinerlei Gewissensbisse. So werde ich auch sein, wenn der Sensenmann meine Mutter holt. Ich bin ein Typ, der Konten für Mädchen auf Onlyfans verwaltet. Ich werde buchstäblich von Kerlen dafür bezahlt, dass ich ihnen zurückschreibe. Ich bekomme auch gutes Trinkgeld, manchmal 100 Dollar minus 400. Wenn du das nächste Mal ein Mädchen anschreibst, denk daran, dass du vielleicht mit mir redest. Edit. Ein Typ hat gepostet, dass ich ein Fake bin, also werde ich weiter ins Detail gehen. Das erste Mal, als ich angefangen habe, habe ich 40 Dollar verdient, da ich neu in diesem Bereich war. Ich habe meiner Freundin geholfen, als wir zusammen abhingen, da sie viele Jungs hatte, die ihr Nachrichten geschickt haben. Zweitens verdiene ich auch Trinkgeld, wenn ich Jungs anschreibe, du kannst auf der App Trinkgeld geben. Und schließlich bekomme ich 30% von neuen Mädchen, die der Plattform beitreten. Ich entfolge Frauen in den sozialen Medien, wenn sie verkünden, dass sie schwanger sind. Sie sind so nervig und posten nur Sachen über ihr Baby, als wäre es das Einzige, was in ihrem Leben passiert. Nach der Geburt wird es noch schlimmer, weil sie dann 50 Bilder von ihrem Kind posten, auf denen es Dinge tut, die Kinder normalerweise tun. Normalerweise ist es die Freundin oder Frau eines Freundes. Ich weiß, das ist pingelig, aber ich hasse Babys sowieso. Ich kann es kaum erwarten, dass Covid-Impfungen für den Besuch von Konzerten, Restaurants oder das Fliegen vorgeschrieben werden, denn ich bin verdammt kleinlich und möchte den Impfgegnern ins Gesicht lachen. Nutz die Zeit, die du zu Hause verbringst, um dich zu informieren, wie du die Glaubwürdigkeit von Quellen überprüfen kannst. Google nach Scholar, Regierungs- und Universitätsseiten. Wenn du feststellst, dass du mit von Experten geprüften Artikeln der klügsten Köpfe aus Stanford, Oxford, Harvard nicht einverstanden bist, solltest du dich noch einmal darüber informieren, wie man deren Glaubwürdigkeit überprüfen kann. Du bist definitiv nicht schlauer als echte Wissenschaftler und echte Doktoren und echte Ärzte. Mein lebenslanger, bester Freund hat sich in meinem Badezimmer erschossen. Es geschah vor zwei Tagen, ich habe nicht vielen Menschen davon erzählt. Er war zu Besuch in meiner Wohnung und machte eine schwere Zeit durch. Sein einziges Elternteil, seine Schwester und seine Tochter waren eine Woche zuvor von einem betrunkenen Autofahrer getötet worden. Ich bin mir nicht sicher, woher er die Waffe hatte. Ich hatte keine Ahnung, dass er eine hatte. Das Bild, das ich im Badezimmer gesehen habe, ging mir den ganzen Tag über nicht aus dem Kopf, und ich habe nicht viel geschlafen. Ich bin völlig fassungslos. Meine Eltern wissen es immer noch nicht, dabei kennen sie ihn schon seit seiner Kindheit, als ich total in ihn verknallt war. Ich weiß nicht, wie ich es ihnen sagen soll. Ich fühle mich zutiefst krank. Ich glaube nicht, dass ich mich jemals davon erholen werde. Sie denken, ich sei ein Mädchen. Aber es sind nur meine verschwitzten Eier, an denen sie schnüffeln. Es ist nicht einmal schwer zu machen. Du brauchst nur drei Dinge. Einen Käufer, ein Bild und ein Höschen. Der Käufer ist am einfachsten zu finden. Du kannst Höschen-Fetischisten auf jeder App finden, sogar hier auf Reddit. Sie fragen ganz offen nach Höschen. Das Bild erfordert ein wenig Aufwand, aber nicht so viel, wie man denken würde. Ich suche einfach nach Selfies von Mädchen, die Höschen tragen. Sie sind überall. Sie haben die Bilder bereitwillig online gestellt, also zur freien Verfügung. Dann braucht man nur noch ein paar grundlegende Photoshop-Kenntnisse, um es so aussehen zu lassen, als hielte sie eine persönliche Nachricht an den Käufer, und das war's. Die Höschen sind auch überraschend einfach zu bekommen. Meistens suche ich nach Mädchen, die gewöhnliche Höschen tragen. Einfache Farben, Herzen und so weiter. Nichts, was teuer oder schwer zu finden wäre. Es ist ganz einfach, in ein Geschäft zu gehen, das Höschen verkauft, und mehrere in dieser Farbe zu kaufen. Dann muss ich die Höschen nur noch lange genug unter meiner normalen Unterwäsche tragen, um den Geruch auf sie zu übertragen. Manchmal dauert es einen Tag, aber wenn ich draußen im Garten arbeite, kann ich zwei oder drei Paare ziemlich schnell vollstinken. Verschwitzte Eier, Mann Manche Typen zahlen extra für besondere Wünsche. Manche wollen Flecken auf dem Hintern. Manche wollen, dass ich in ihnen masturbiere. Wie sie den Unterschied zwischen getrocknetem männlichen Sperma und Vaginalausfluss nicht erkennen können, ist mir schleierhaft. Aber ich denke, dass die Leute, die gebrauchte Höschen kaufen, sowieso nicht gerade viel Action bekommen. Ich sage nicht, dass ich damit viel Geld verdiene. Aber 30 Dollar minus 50 Dollar pro Paar bringt mir ein paar Hunderter extra an Taschengeld pro Monat. Nicht schlecht, denke ich. Wir wuchsen in ärmlichen Verhältnissen auf. Meine Mutter hatte Mühe, uns so zu ernähren, wie sie es gerne hätte, aber es gelang ihr meistens. Eines Sonntags ging mein Vater in die Kneipe. Normalerweise kam er nach ein paar Bierchen zurück, oder wenn er kein Geld mehr hatte. Dieses eine Mal kam er nicht zum Sonntagsessen mit gebratenen Koteletts nach Hause. Mama hat es uns Kindern einfach serviert. Und wir haben uns alle satt gegessen und nichts als Fett in der Pfanne gelassen. Papa kam viel später sturzbetrunken nach Hause und fiel einfach in seinen Stuhl. Er fing bald an, nach seinem Essen zu schreien, und ich erinnere mich, dass meine Mutter ihn von der Küche aus beobachtete. Schon bald schnarchte er laut vor sich hin. Sie schlich sich zu ihm und strich ihm mit dem Kotelet-Fett über den Schnurrbart. Als er ein paar Stunden später aufwachte und wieder nach seinem Essen rief, sagte meine Mutter, Du bist betrunken, Jack, du bist betrunken. Du bist betrunken, Jack, du hast schon gegessen. Sieh dir das Fett an, das auf dein bestes Hemd tropft. Er stand auf und stolperte ins Bett. Ich war ein Come-Girl, bevor es Onlyfans gab, vor ein paar Jahren. Ich habe während meines Gapjahres ordentlich Geld damit verdient. Es hat Spaß gemacht, ich konnte süß und sexy sein und für Geld vor der Kamera lachen. Aber ich habe einen normalen Job und bin in einem MINT-Studiengang an einer Universität. Ich mache mir ständig Sorgen, dass mich jemand erpresst oder mit einem Screenshot alles ruiniert, wofür ich so hart gearbeitet habe. Ich kann kein YouTube machen. Ich kann nie im Fernsehen auftreten. Ich bin nervös, wenn ich viele Likes auf Instagram bekomme, weil ich Angst habe, dass die falsche Person mich erkennen könnte. Aber, wenn ich jemals berühmt werde, dann hoffe ich, dass ich es wie Kimka machen kann. Wenn ich der Welt zeigen kann, dass Frauen nach eigenem Ermessen klug und sexy sein können. Ich möchte dafür berühmt werden, dass ich getan habe, was immer ich wollte und es gut gemacht habe. Wenn euch dieser Content gefällt, dann lasst bitte ein Like da. Falls ihr euch auch etwas von der Seele sprechen wollt, dann schreibt uns. Die E-Mail-Adresse ist in der Videobeschreibung.